Am Samstag, dem 29. Am 20. November fand im Kohlenkeller eine Spharee mit dem Thema Zivilcourage statt. Mitglieder des interkulturellen Beirats der Stadt La trugen Gedichte vor und unsere Kompositions-AG unter der Leitung von Herr Wenzel spielte verschiedene eigene Stücke vor. Musik Musik Wie ihr seht, reichen die Kompositionen von eher klassisch bis sehr modern. Auf jeden Fall sind wir sehr stolz auf euch. Applaus Musik 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 Musik